Jo Leute, wir spielen heute eine Horror-Map von Minecraft und ja, der Tom HD ist auch dabei. Jo Leute, was geht? Und wir spielen hier ein Minigame-Standard in der Beschreibung. Ja, und wir wissen nicht ganz genau, ob es eine Horror-Map ist, aber da stand es natürlich. Ja, das ist der beste Teleport. Weil ich gucke, ich gerade so, gehe so rein, gehe auf Teleport einfach und dann kommt einfach TNT. Ja, Alter, was sollen wir denn machen? Ich nehme die. Also in der Beschreibung stand, dass da gut halt eine Horror-Map ist und das gucken wir jetzt mal. Da seht ihr ja, dass es eine Horror-Map ist. Wir haben uns da eine App runtergeladen dafür. Wir können euch zeigen. Wir können die App vorstellen. Aber wenn ihr liked, dann können wir euch gerne dieses Video vorstellen. Hä, wie jetzt? Guck, wenn die liken, machen wir ein neues Video. Ah ja, stimmt. Dann machen wir noch eine andere Horror-Map. Ja. Wo müssen wir denn hin? Komm, geh mal da rein. Der geht nicht. Doch, natürlich. Wo denn? Hier. Ich schwöre, wo? Da drüben. Hier. Da steht... Irgend... Rieb. Irgend so ein Rieb. Warte mal. Rieb. Nein, hier ist nichts. Hey, wo bist denn du reingekommen? Bei mir ist da nichts. Hier muss man rein. Ich sehe da nichts. Hä, wieso? Weiß nicht. Ja, geil, komm einfach, komm mal rein. Wo bist du? Hier durch. Hier durch, wo ich bin. Ich komm hier nicht durch. Doch. Hier, die sehe ich. Komm, ich... Nein, es ist nicht nachts. Kannst du irgendwie nachts anstellen? Nee, ich bin leider nicht mehr in der App. Schade, egal. Toilette. Komm, geh mal in die Toilette rein. Warte auf, wo ist die? Hier. Hey, wo steht Toilette? Ach so, ja. Wobei mir leckt, nur wegen der Aufnahme. Okay. Hier unten sind... Oh, hier ist ein Kopf. Voller Blut. Oh, hier ist ein Kopf. Kopf, erst bemerkt. Warte, man kann ich hier nach oben, glaube ich. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich dachte, ich dachte nicht. Ja, komm hier durch. Ja, ich komm. Warte, vielleicht komm ich hier nach unten. Ich guck immer. Ja. Schön. Nein, doch nicht. Ich bin gerade hier schon, bei der zweiten Tür. Da musst du Sand abbauen. Das ist Kies. Ja, Kies, ja. Mein Gott, tschuldigung. Oh, ich hab schon drin. Bist du schon drin? Ja. Wir müssen Glaubton anmachen. Oh mein Gott. Alter, ich tschuldigung, weil du einen roten Skin hast, Alter. Wir müssen Glaubton anmachen. Alter, ich bin fast herzenverklickern. Opfer. Nett. Ein Key brauchen wir. Was? Ein Key. Kies. Key. Ein Schlüssel. Da steht's drauf. Wo? Hier. Da ist so eine Tür halt und da steht Key. Ein Stick. Das ist ein Stick. Ja, und Key. Ja, das ist... Ja, weiß ich nicht. Nein, da unten stand es. Ja. Der Stick soll der Schlüssel sein. Und Key auch. Hast du Ton an? Nein. Doch. Ich hab keinen Ton an. Hier muss mal den Key rein. Key? Ja, ich weiß schon. Ich hab aber keinen. Du hast es schon. Guck da. Das ist ein Licht. Das ist Kies. Guck da. Und Kies. Das ist so ein Stick. Denn uns steht ein Stick. Ja, aber guck mal. Wenn man da rein tut, gell? Ja, mach mal einfach mal rein. Nein, hab ich schon gemacht. Das geht nicht. Nein, du hast es nicht gemacht. Doch, hab ich schon. Mach nochmal. Nee. Komm schon. Oder ich mach die Tür kaputt. Ich hab Zombie gefunden. Mach mal. Ich hab Zombie gefunden. Mach mal. Ich hab Zombie gefunden. Ich hab eine Spinne und einen Zombie. Mach mal Key rein. Ich hab eine Spinne und einen Zombie gefunden. Mach mal jetzt Key rein. Verdammte Scheiße. Da musst du, glaub ich, irgendwas machen. Dann gib mir den Key. Da brauchst du Sticks. Hier kriegst du den Stick, aber hier ist mir Zombies bewacht. Opfer. Nein, nein, nein. Weh, wie sich das anhört. Gibt es immer noch Keyes? Nein. Sprint durch. Hilfe, oh mein Gott, ich verreck. Nein, oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Tu mal den Keyes da rein. Ich hab gar nichts mehr. Ich nehm den Key. Ich hab nichts mehr. Warte, was ist, wenn wir den abbauen? Und den daran bauen? Dann haben wir die Tür offen. Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Doch, darf man. Nein. Doch, man darf nicht abbauen. Nein. Natürlich darf man das nicht. Das stand. Hast du gelesen? Nein. Ich bin dumm dafür. Du dumm, ja, weiß ich. Mein Gott. Kannst du mir bitte einen Keyes geben? Nein. Ich hab ihn nicht mehr. Jetzt können wir das ganz vergessen. Nee. Doch. Wir brauchen den nicht. Mu. Mann. Was machst du? Schlägst du die? Ja. Und mach. Kill die. Geh rein. Lass mich doch in Ruhe. Hüß dich. Buße. Du musst du sein. Buße. Du hast die Stippbände da. Ups. Ich bin außen rausgegangen. Ach, du bist so dumm. Ah, Mann. Ich stehe aber nur wegen dieser Spinne. Wo ist die? Ja, und Leute, heute kommt noch eine Folge der Skywalk. Wann? Heute? Ja. Was lügst du? Der lügt nur. Nein. Vielleicht kommt eine. Ich hab Bock aufs. Vielleicht. Vielleicht. Ich hab Bock aufs. Nur weil du Bock hast, gell? Nur weil du Bock hast. Nee, vielleicht kommt heute noch eine Folge Skywalk. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ich hab Sand gefunden. Auf jeden Fall. Ich hab den Kies gefunden. Leute, auf jeden Fall kommt heute eine neue Folge. Nein, heute nicht. Oh, schade. Doch, vielleicht. Vielleicht kommt es. Ganz vielleicht. Ich bin nicht da, wo du bist. Mein Gott, wo bist du? Wie bist du reingekommen? Wo bist du, wie bist du reingekommen? Hey, sag mal. Ich hab irgendeinen Schalter gefunden. Da lag einfach. Wo bist du? Dort, wo man, wo, da stand Kie oder sowas. Echt? Ja. Ich hab die Tür einfach aufgemacht. Mit dem Schalter? Ja, mit dem Schalter. Ich hab schon aufgemacht. Die ist offen. Ich hab die nicht. Guck, die doch ist sie. Scheiße. Da ist sie. Wer will ich hier denn? Da, wo der Kie ist. Dahin. Entschuldigung. Dahin? Halt dahin, wo der Kie war. Ja, weiß ich. Okay. Hey, hast du einen Schalter gemacht? Ja. Du Hacker. Wo? Zombie, Zombie. Muss weg hier. Jetzt ist Nacht. Jetzt können wir schlafen. Okay. Es macht keinen Sinn, wieder zurück zu gehen. Hey, warum geht's hier nicht rein? Hey, warum geht's hier nicht rein? Oh, was ist da? Lass mir auch was übrig. Guck halt rein. Du hast mein Diamant. Du kannst, da sind doch viel mehr. Ja, das ist meins. Okay. So. Voll Iron. Das ist ein Jump'n'Run. Ist es schwer? Weiß ich nicht. Ich hab sie nie. Nein! Nein! Ich bin tot. Alter, warte. Oh, bei mir leckt. Jetzt bin ich da rausgegangen. Obf. Leckt. Bedeut. Haha. Ich bin rausgefahren. Scheiße! Mein Gott. Hoffentlich geht die Aufnahme nicht schon zu lang. Nein. Ja, okay. Wir haben noch fünf Minuten. Ach, Mann. Und ich konnte zu lang kein Video mehr machen, weil, ähm, ich hab keinen Server gefunden. Und das ist blöde. Hey, ich bin wieder hier. Ach, Mann, du bist gestorben. Nein, ich bin gestorben. Kuiper! Kann ich die Aufnahme nicht beenden? Bist du eigentlich ein Monster? Ja, okay. Wir machen, wenn ihr wollt, dann machen wir weiter. Und wenn ihr nicht wollt, dann... Das war nur so ein kleiner Clip, dass ihr... Ob ihr sowas wollt. Gell? Ja. Und ja, Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr ein neues Video sehen wollt. Vielleicht morgen kann es sein. Oder heute noch. Ja, oder heute noch. Also, ciao, Leute! Und haut rein! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020